Ja, cooler Einstieg. Wir tanzen gemeinsam jetzt mal Rechtsdrehung mit Musik. Einverstanden? Wollen wir, dass euer Balzern noch eleganter, noch cooler, noch näher an der Musik aussehen? Wisst ihr, was ich meine? Wie komme ich raus aus der Nummer? Denkt dran, eins, zwei, drei, Ferse setzen. Ihr müsst euch das so vorstellen, der Tango kippt nicht, der Tango rollen. Lucky Lucky. Prinzipiell Schöffis erster Styling-Tipp. Er ist der Regisseur, sie ist der Star. Habt Spaß, habt Spaß. Lasst die Chica werden. Macht's mal aus Spaß. Augen zu und lasst mal den Herrn führen. Das macht schon Spaß, irgendwann mal festzustellen, da tut sich ja mehr als gedacht. Wir wissen sowieso beim Tanzzusammenhalt. Männer, die tanzen können, haben richtig gute Chancen bei den Frauen. Cooles Gesicht, pendeln, ihr habt die halbe Mitte. Jetzt kommt noch so ein kleiner Zusatz und zwar 10 Punkte für Markus Schöffel und seinen Online-Tanzkurs Get the Dance. Untertitelung des ZDF für funk, 2017